Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute im Starland wieder unterwegs. Und zwar gehen wir die Traumschleife Idesbach-Pfad. Die Tour hat etwa 18 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Etwa drei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Der Edisbachpfad hat für unseren Geschmack zu viel Anteil an breitem Weg. Und das geht eigentlich für einen Wanderweg, der sich Pfad nennt, überhaupt nicht. Das ist so, wie wenn man an einen Panoramaweg geht und keine Aussicht hat. Naja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch, sowie über Kommentare sehr freuen. Bis dann, ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Marco, nehmen wir erstmal Tiefluft. Hallo, liebe Wand... Darf ich noch heute? Was? Das heißt Auto. Das heißt Auto. Noch etwa drei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Das ist... Du hast? Das ist... Das ist... Untertitelung des ZDF, 2020